Eine wunderschöne liebe Leute, wir müssen wieder reagieren und zwar zu Huracan Cold Heart. Let's go, das Ganze wird zur Verfügung gestellt von Slam World Wide. Schaut da gerne mal vorbei und natürlich auch bei der Band zu nicht vergessen. Let's go. Okay, Warnung ist raus. Ich bin sehr gespannt. Noch nie was von den Jungs gehört. Absolutes First Time. Okay. Let's go, come on. Okay. Yes, focus. Oh, yes. Woohoohoo. Oh, yes. Boah, diese absolute Pause war ja große Klasse. Oh. 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 Yo! Okay, das Baller ist schon sehr gut rein, ey. Mein Lieber. Boah, evil. Hell yeah. Let's go! Oh! Jesus! Oh, ich liebe diese chaotischen Breakdowns, dass Rhythmuswechsel drin sind. Alter! Okay! Okay! Goddammit! Wow! Wow! Was ein Song, ey. Alter! Okay, das war ziemlich heftig. Unerwartet heftig. Sehr schön. Das freut mich immer besonders. Ja, wundervolle Band. Schöne neue Entdeckung für mich. Wie gesagt, ich kannte die doch nicht. Hurrakan! Nehme ich mal an, dass sie so ausgesprochen werden. Cold Heart. Richtig geil. Schaut auf jeden Fall mal bei den Jungs vorbei. Auch gerne bei Social Media und Co.KG. Die freuen sich bestimmt über ein paar Likes und ein paar Kommentare. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!